Willkommen Leute zurück, weil let's play GTA Online. Genau, GTA Online war das das Ganze. So, ich fahr ganz langsam. Guck mal, ich mach Licht. Das ist sehr schön. Ja. Schön. Ja. Warte, ich mach mal das Verdeck auf. Stimmt. Was passiert denn eigentlich? Nichts. Au. Willst du jetzt mit? Ja. Plan für die Folge, wir klauen uns jetzt beide einen Jet, um dann in die Stadt zu fliegen. Dort rauben wir dann ein paar Läden aus, um uns dann einen Hubschrauber zu holen. Oder eigentlich können wir dann auch direkt aus dem Hubschrauber raus-snipern, ne? Ja, das meinte ich nämlich. Und wir können theoretisch ganz easy in die Stadt und uns dann einen Hubschrauber klauen. Das wäre noch besser, wenn wir uns dann klauen. Ja. Ne? Aber sowas denken wir ja nicht. Nein, wieso? In diesem Mal hab ich das gemerkt, bevor die Folge vorbei ist. Auf jeden Fall holen wir erst mal einen Jet und dann sind wir schon mal schneller in der Stadt. Kann sein. Das ist die Reifenkunft geschossen, hab ich ausgesehen. Ja. Der vorne, links. Emanuel hat gerade die Aufnahme geschnitten eben. Ja, von gestern. Währenddessen waren wir ein bisschen langweilig. Ja, gestern. In YouTube. Ja, von uns heute. Ja. Wir haben da eben gerade aufgenommen. Und weil wir gerade so gut bei Laune sind, nehmen wir einfach direkt noch mal auf. Okay. Das Stück Kuchen hat übrigens sehr gut geschmeckt. Ja, das ist schön. Ich hab eigentlich keines gegessen. Ich hab einen Kaffee getrunken. Ich dachte, du wolltest auch Kuchen essen. Ne, hab ich dann doch gelassen. Der sah irgendwie matschig aus. Das sah irgendwie matschig aus. Und? Oh, nein. Nicht ganz so durch. Was? Wie wer? So wie du unten rum. Wer ist Mom? Alter, ist ein Panzer. Egal. ich muss mir jetzt im kreis oder kaputt hat sich auf die zu haben habe ich über steuer gemacht ich liege auf der tragfläche ja auch hier nicht irgendwas sein plan a gescheitert ich nehme jetzt ein auto und fahre in die stadt ich fahre jetzt meinen mechaniker an um dann zu merken dass ich wahrscheinlich zu wenig geld habe schwer schwer das auto wäre einfacher zu steuern wenn du nicht den reifen kaputt gemacht hättest gibt was soll ich denn sonst machen ja ich bin tot gut dann hole ich auch mal eben einmal ich meine mechaniker hier läuft schneller wo jetzt so die ausdauer quasi auf 100 ist bei mir ja klar wenn du sprint ist dann läuft da schneller oder läuft dann nicht einfach nur länger ach so das weiß ich kann nun beides sein aber ich kann länger schneller laufen zumindest würde man einfacher sterben wollte ich gerade sagen ja so würde man einfacher laufen können es wirkt einfach viel flüssiger und viel viel so fisch alter der kommt hier an der mechaniker meint der krasser war da schon stimmt hat es deutlich dass ich meinen mechaniker geholt habe und dann kam so ein auto an und ist herausgestiegen dann ist er aber wieder so reingebacken dass er im auto saß dann wollte ich ins auto reinsteigen habe ihn rausgeschmissen und dann meinte er ich habe sein auto geklaut besser aufgetunen dann noch einmal ein schwarz blau noch der ist noch ein bisschen schlechter alles ganz cool mit dem habe ich auch vorhin zwei mal ein rennen gewonnen ja ich habe einmal noch gar keine rennen gefahren so die wangen dich ich habe bei dem einen rennen gab es sogar 7.000 dollar das hat 1.50 glaube ich gedauert hast du nix sagen hast du immer wieder ohne hose und hältst ihn dir da nach unten ja klar kannst du meinen weg machen warte hier müsste es irgendwo sein denke ich mal ach so du weißt du weißt ja nicht wo das ist ne ich habe schon wieder eine auszeichnung bekommen vorgast ich mach das mal eben kurz den wegpunkt ja dann muss ich mal gucken wo die überhaupt sind die sind immer hier ach da ist auch im singleplayer der normale landeplatz da wo du dir da dieses kleine schulchen beton kaufen ja und da sind wir die hier mutig werden ja cool die noch der richter die man töten musste naja hier bei den weinberg das team ist vorgleich immer tot sind hat die man gegen die fährt die sind wohl nicht angeschnallt ja aber wie unaufmerksam von denen da ist ja niemand angeschnallt die haben ja nicht mal einen airbag ja stimmt das ist nur was anderes haben wir angekommen das liegt so weit draußen was eigentlich wenn man sich ein boot kauft braucht man dann dafür so ein ich glaube das landet im jachthafen da kannst du dir immer über das handy hin teleportieren lassen ok eigentlich muss man ja also im cg player weit immer die ganzen sachen halt kaufen so einen jachtplatz zu mir nicht gebrassen auf autos die garage meine ist dann ist ja gut alles tut die alles tut die so also ich fliege dann das gute stück und du musst dann da hinten kann man unser appartement sehen ja von hier kann man da hinten unser appartement sehen aber wir haben auch nur noch zwei spieler hier auf dem server ne merke ich gerade ja uns beide össern wir ne ne da sind wahrscheinlich alle rausgegangen weil die so angepisst waren dass wir so viel scheiße bauen wir haben ja gar nichts gemacht wir waren ja nur auf dem anderen äh militärplatz da ab wann kann man eigentlich in aktien investieren das haben sie noch nicht rein gepatcht im multiplayer ne ne kann man noch nicht das kann man schon ne 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 aber man kann auf die seite schon rauf gehen mal ja aber entsteht erwartungsarbeiten glaube ich glaube ich weiß ich jetzt aber nicht ganz genau ja warte ich guck mal eben jo ja 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 sark ne ok ne ok ne ne ok ne 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 Wenn du in Aktien investieren willst, in Aktien. Geil. Was sind das denn? Die waren doch sonst nicht. Das ist ein Militärhubschrauber. Geil. Ich muss fliegen. Du musst dich da reinsetzen. Wenn ich so lange erstmal den 2 nehme, nehme ich den hier hin. Hier ist noch einer. Okay. Lass mal damit Spieler erinnern. Okay. Warte, der hat Pistolen. Ja, der hat nur Pistolen. Nix anderes. Nix anderes. Voll lame, ey. So, wo ist denn der erste Spieler? Der fährt... Da unten. Ne, warte. Wo fährt denn der? Da unten fährt er. Da ist sie ihn. Sag mal irgendwas, dass wir... Hallo! Ja, das ist immer so doof, weil wenn Julian länger nix sagt... Oh ja, das ist... Ja, das ist... Irgendwie... Dann hatten wir gestern... Neben der... Also zwischen der... Eigentlich wollten wir nochmal aufnehmen. Dann waren irgendwie die Server down. Und dann habe ich quasi bei TeamSpeak auf Sprachüberungen gestellt, dass er immer anfängt... Ähm... Ja, warte immer nur, ich bringe das gleich. Dass er immer anfängt quasi zu senden, wenn ich was sage. Aber leider bin ich dann etwas abgehackt und dann habe ich diesen übelst guten Flachputz gebracht. Pass auf. Habe ich gesagt... Ähm... Dem Mann hat er gesagt, jetzt bist du aber irgendwie abgehackt. Und dann habe ich... Gesagt... Ich bin ja auch ein Typ mit Ecken und Kanten. Oh Gott, nein, er will mich abschießen, er will mich abschießen, glaube ich. Er will mich abschießen, glaube ich. Lass dich das mal auf der Zunge zerlegen. Ja. Ja. Er ist ein Typ mit Ecken mit... Was? Ich bin ja auch ein Typ mit Ecken und Kanten und deswegen bin ich so abgehackt. Das war irgendwie gestern lustiger. Ja, das war... Also wenn das immer so plötzlich ist... Nicht auf mich schießen! Ich habe dich geschlossen. Ich habe Warnschüsse besetzt. Ich glaube, der Typ, der schießt auf mich. Ich bin nur zu inkompetent, ihn zu treffen. Weil das ist immer so schwer, weil der Heli da ist halt so cool. Warte, ich gehe hier aufs Dach an und snipe mal echt. Ja, warte, ich nehme dich mal mit in meinem Heli. Von da aus kannst du dann auch snipen. Ich bin mal eben hier auf dem Dach gelandet, ne? Warte, ich hole dich ab. Ich snipe mal den Typen. Nein! Fallschirm, Fallschirm. Bin ich gut. Bin ich gut. Warte, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich habe es einfach drauf. Ich habe vorhin auch einen Fallschirm gekauft. Zum Glück. Oh. Aber warum musst du auch hier landen, wo ein Zaun ist? Ich habe mir auch nicht rausgesucht, dass ich das... Ich steig mal da an die andere Seite ein. Ich steig mal da an die andere Seite ein. Warte mal. Hallo? Ah, jetzt. Kannst du die Sniper nehmen? Warte. Ah, ich kann das Sturmgewehr nehmen. Okay. Ach, da sind sogar zwei. Okay. Zwei Spieler jetzt. Ich kann aber nur rechts rausfließen, ne? Ach so. Ja, stimmt. Ich glaube, die werden von der Polizei verfolgt. Scheiß drauf. Da unten hat er öffnet, oder? Ne. Da. Aber was richtet dir denn jetzt die Kamera nach oben? Da ist einer. Irgendwo da. Da. Da habe ich ihn, warte. Ja, Mist. Ist er denn das da unten? Der da unten gerade läuft? Ja, warte. Seht hoch, seht hoch. Ich bin gleich tot, die Polizei. Das fahr ich nicht. Nein. Ja, nicht meine Schuld. Hat er überhaupt keine Deckung? Ah, mein Heli raucht. Das ist aber auch ungesund. Das Nekotid kannst du... Kannst du dich in der Mitte ab... Oh, das ist ein Spieler. Den Sniper nicht weg. Wirklich, weil wir gerade ein Luft-Duell. Zack, ich habe ja den Spieler. Das ist cool mit dem Sniper. Und 110 Dollar bin ich jetzt reichen. Geil. 110. Ich muss noch gar kein Spiegel. Ah! Oh mein Gott. Warte, ich komme auch rausgesprungen gleich. Warte. Mein Heli ist eh gleich kaputt. Sag mal eben was. Hallo. Ja, das ist mal doof. Ja, das ist mal doof. Ja, Pläsi. Ja, bitte. Ja, wenn ich mir nicht mehr Pläsi. Farm, ich habe ihn nochmal erwischt. Ich komme! Schnell. Ach, das bist du gar nicht. Ich bin hier. Warum habe ich in drei Sterne? Sag mal habe ich bitte einen Schützen, einen Schafhütz. Gewehr. Ist doch geil. Freu dich. Hey. Freu dich. Du bist tot. Pack den Eis. Irgendwie bin ich leicht glücklich. Ich komme. Ich habe ein Auto. Ein bisschen. Ja. Kommst du? Ich bin hier. 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 Genau in die andere Richtung. Drei Sterne, ey. Die wird nun schwer los. Drei Sterne, ja. Da kommen andere Spieler. Das ist einfach so geil wie ich. Warte. Barm in your face, bitch. Nein, ich hatte ihn doch schon am Kopf angesiert da. Mann, oh Mann, oh Mann. Und wo bist du? Du bist ganz woanders, oder? Ja. Aber nicht so weit weg. Ah, ich halte gleich das Auto wieder. So, mein Auto. Ach, du bist da unten auf der Straße. Wo bist denn du? Ich bin da oben. Wir treffen uns da beim Hidi-Platz. Ja, ich hab nur kein Auto. Und du bist du da. So weit ist das nicht weg, oder? Nö. So. So. Hier bin ich. Hast du da gerade runtergesprungen? Ja. Oh, ich war gerade hier oben. Ich dachte, das ist hier hinten. Ja, da hinten ist es ja auch. Dann sind wir gleich mal mit dem, kommen wir hier runter, die Straße. Ja, ich komm runter. Boah, ich bin mal beruht über die Ente gelaufen. Boah, ich bin ein echter Gangster. 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 Ich glaub, da steht noch unser anderes Auto. Naja, mein anderes Auto, ja. Ja. Ja, ich nehme mir wieder ein echter Gangster. Okay. Und dann fliegen wir mal. Ich sag, ich spiele ja noch ein. Warte mal, wenn du bei mir im Helium da einsteigst, ne? Als Code-Pilot, dann kannst du auch die Kamera da unten bedienen, ne? Kannst du dann auch schießen, weil das wäre eigentlich praktischer, wenn du da... Weiß ich nicht. Wenn du dir dann richtig bedienen kannst, weil wenn ich dann auch mache... Dann sind wir halt ein bisschen problematisch. Irgendwie schwenkt die Kamera immer nach unten, wenn ich im Helium bin. Und bei mir nicht. Wenn ich die Kamera loslasse, guck dann nach unten auf den Wurm. Warum ist denn das so? Keine Ahnung. Wow. Uah! Ach, der ist gerade im Ammonation Shop. Du weißt du was cooles, man? Drück mal, äh, äh, Select. Select. Ja. Ja. Jetzt guck der von oben. Achso. Aha. Hast du das Geschütz? Achso. Ja, okay. Aber der zieht ja ganz woanders hin. Komm nur raus. Der war der, der ist hier gar nicht. Ah, sag nochmal was. Ähm, ähm, tiefseegurke. Tiefseegurke. Ach, der hat hier ein Haus. Der ist im Haus drin. Oh Gott, wo wohnt denn der? Der wohnt ja voll im Ghetto. Voll der Kack-Boot, ey. Ah, der kann jetzt direkt die Kamera ändern. Die Kamera passiert bliebe. Ja, ja. Und jetzt guckt der nicht halt immer nach unten. Wo bist denn du? Bei dem einen Typ hier da. Wo bist denn du? So. Oh, ich komm zu dir. Ich seh dich hier nicht. Ich bin schon weggeflogen. Du siehst mich auf der Karte. Ja. Ja. Da in die Richtung bist du. Ja, jetzt bin ich wieder in die Richtung da. Ich seh dich hier aber nicht. Tja. Ich bin unsichtbar. Hä? Bist du über oder unter mir? Weiß ich nicht. Ah, das ist dein Schatten. Nee, das ist mein Schatten. Das ist aber echt schwer, damit jemanden zu töten, ey. Ist doch mal, ich muss dich doch sehen irgendwie. Auf der Karte siehst du mich doch. Ja, aber ich seh dich nicht. Ich bin echt, wie hoch bist du? Weiß ich doch nicht. Ich seh dich nicht. Verdammt. Ich seh dich zwar auf der Karte, jetzt müsste ich genau bei dir sein. Ja. Stimmt, ich seh dich auch nicht. Hä? Ach, ich bin unter dir. Idiot. Ach so. Na? High five. Ja. Ähm. Ja, das ist extrem schwer hier mit zu zielen. Wir können ja mal warte. Können wir mal in Richtung Autobahn steigen. Der Bettler. Ja. 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 Ich bin ja schießt öffentlich. Ich nicht. Nein. Nein, ich bin das wirklich nicht. Ach, es regnet. Ach so. Ja, ist was aus. Ab zur Militärbasis. Ich hau uns jetzt ein Cargobob. Okay, warte, ich guck nochmal, ob die irgendwie labern, weil dann würden sie sich nochmal kurz muten. Ach ja. Nee, aber nee, da labert keiner. Okay. Gut. Sollte dann jetzt, diesmal relativ ruhig sein. Die haben bis eben gerade gelabert. Aber ich bin auch vorhin immer rumgejoint bei die Server, weil in jedem war irgend so ein kleines zwölfjähriges Kind, das nur gelabert hat. Du hast doch selbst erst zwölf. Ja, das stimmt. Ich bin ja selber erst zwölf. Aber trotzdem. Ich laber wenigstens nicht. Wieso ist da gerade ein Jet abgestürzt? Weiß ich nicht. Hast du schon einen Cargobob? Nein. Hast du jetzt einen? Nein, ich fliege gerade rum und gucke. Kann man mit diesem großen Flugzeug noch irgendwas machen von denen? Weiß ich nicht. Hast du das, was du gefunden hattest? Weiß ich nicht. Ja, okay. Waffen hatte es glaube ich nicht. Ich glaube hier ist kein Cargobob. Das ist ein Jet. Mein Gott. Nein. Nein. Sag noch mal was. Dein Ton. Ich glaube du machst doch noch mal lieber auf Sprachaktivierung. Ja, wieso? Ich kann gerade aber nicht. Ach da oben, du wirst gerade verfolgt von zwei Helis. Ja, ist schön. Nett. Angenehm, ne? Ja. Hat man nicht alle Tage, ne? Hast du auch endlich mal Freunde? Oh, Luftkampf, Luftkampf, Luftkampf. Ham, ich schieß auf ihn. Und er schießt auf mich. Und er stützt ab. Oder nein, nein. Noch hat er mich nicht. Noch hat er mich nicht. Ich kann mit dem Kampf die Kamera nicht ändern. Ich flüchte. Ich fliehe jetzt. Ich rauche schon. Hol mal ab hier. Ja, hol dich mal ab. Ja, hol mich mal ab. Ja, hol mich mal ab. Ja, haaah. Ah, warum ist er auch da? Komm nicht in die Rotorblätter. So, hab ich mir dran. Flieh! Ach, jetzt bin ich... Jetzt bin ich einfach auf dem Sitz. Pass auf. Kannst du irgendwie in die Steuerung gehen? Also in die Steuerung? In die Steuerung? In die... Hier in die Kamera? Ich bin ja kein Co-Pilot. Ja, müssen wir gleich mal umsteigen. Ich kann nicht mal schießen normal. Mit meinen Waffen. Ja, ich qualm da auch schon irgendwie tot. Ja, sonst müssen wir kurz sterben und dann nochmal neue Helis holen. Ja. Aber nicht hier sterben in der Nähe von dem... Wir werden nicht sterben. Okay, dann fliehe. Ach, guck mal, das ist eine Straßensperre. Das ist eine Straßensperre. Das ist eine Straßensperre für uns. Ach so, das bringt viel mit mir. Macht nicht viel Sinn. Nicht so wirklich. Ah, die sind immer noch dicht hinter uns und der Schubschrauber steuert sich nicht mehr ganz so... Der Schubschrauber? Ja, der bricht irgendwie mal so ein bisschen aus. Ich glaube, du kannst nur nicht richtig fliegen. Ich reich so nicht echt den Stick die ganze Zeit in alle Richtungen drücken. Ja. Da unten ist ein Spieler. Du wirst scheiße. Ich stelle mich jetzt der Beliebse an. Tschüss. Ich fliege jetzt selber dahin. Wo bleibst du? Fliegst du nach? Ja. Das geht echt nicht, weil das rauscht dann immer total. Ja? Warte, ja. Das geht echt nicht. Ja, ich komme mal... Ich ruhe dich mal ab. Ja, ich... Ich hab dich mit dem Rotor bläst. Du... Du holst mich also mal ab. Ja. Entschuldigung, was ich... Ich hatte mich mal... Du hast mich ja toll abgeholt. Ja, Kollege. Kollege Schnürschuh. Entschuldigung. Das findest du toll, ne? Ja. Das sah so lustig aus. Ich konnte die Entfernung zu dir nicht einschätzen. Ja, hab ich gemerkt. Auf einmal hast du so angefangen zu bluten. Spontanes Nasenbluten. Ja, ich stell gleich mal Spracheaktivierung. Ja. Du könntest auch immer auf den Knopf drücken, aber das ist doof, wenn man dann halt bei der PS3... Ja. Das ist blöd. Das ist ganz blöd. Kann ich mir mit der Drasen auf die Leertaste hammeren? Ja. Ja. Ich bin die gleich los. Hier ist eh die lange Platz. Ja, ich höre mich schon mal an... Ich höre mich schon mal an 9, ne? Ja. Nein, ich sinke. Nein. Ah! Ich schaff das. Nicht. Aber ich kann damit aber... Man trifft überhaupt nichts. Das ist echt scheiße schwer, mit denen da irgendwas zu treffen. Ah! Ah! Nein, ist er jetzt auch dort da. Ich dachte schon, da ist keiner mehr. Hey, du bist tot. Ich bin gerade gelandet, bin rausgesprungen und im Moment ist der Heli bei mir explodiert. Warte, ich hol dich ab, ich hab jetzt einen neuen. Warte, ich stell mal hinten drauf ins Team. Ja. Also, er ist ja ein Typ mit Ecken und Kanten und von daher wird er gleich wieder ein wenig abgehackt sein. Ja, warte. Oh, ich wurde ja gerade angeschrieben auf Facebook. Schreib halt die Schnauze, du Wichser, ich hab keine Zeit. Nee, lass mal lieber. Dann zieh dich zurück in dein Loch. Nein, lass mal lieber. Das ist richtig. Ja, ja, klar. Ja. So, warte. Ich lande hier auf dem Land... äh, auf dem Parkplatz, ne? Ich nehme mal den Behinderten-Parkplatz für dich. Parkplätze. Komm. Gib mir dein Milchgeld. Komm her. Ich bin der große Intoler. Oh, das war's. Steck mal auf jetzt vorne ein. Und dann müsstest du, glaub ich, mit L3 oder sowas machen können, wenn du da draufdrückst. Ah. Also ich kann nämlich dich jetzt auch da durchsehen. Mhm. Guck mal, ob du schießen kannst. Mit X. Was? Gut, sie sieht hier, ich kann Ziele markieren für dich. Ach, Ziele markieren? Mach mal. Ja, was denn? Hier ist hier kein Auto. Ach so. Das, ähm, kannst du dich quasi auf die, die... Da unten ist ein Auto. Da unten ist ein Auto. Warte, ich fahr mal hier... Warte, ich flieg hier hin. Kannst du da jetzt irgendwas anmarkieren? Eigentlich meinte er, ich kann mit X markieren. Aber irgendwie nicht. Ich muss das nicht spielen. Also ich kann auch nämlich da rein. Jetzt in die Kamera. Ist so doof, wenn ich halt gerade fliege. Ja. Mysteriös. Jetzt kann ich nicht mehr da rein. So, bist du noch drin? Ja. Ja. Bisschen Glück, wenn es abgehackt ist, ne? Ja, ein wenig, aber... Ich krieg mal meine Stimme anheben, wenn ich anfange... Da musst du eben deine Stimme langsam aufbauen. Aaaaah. Jo, aber ich wollt sagen, da es ja auch jetzt nicht gekleppt hat, beenden wir mal hier die Folge. Dann haben wir die 30 Minuten... Dann haben wir die 30 Minuten... Auf welchen? Dann bringen wir vom Kran runter. Wat, wo? Ach da. Oben aufs Dach. Und dann fahren. Ach, von dem hier. Okay. Das ist hier irgendwo noch... Äh, ja. Da oben ist noch ein Kran. Der hier oben ist so ein Job für mich. Kran hier oben so aufgebaut. Also ein schönes Ding, weißt du? Ja. Kann man denn da vom Dach rauf? Ja. Okay, ich lande runter. Kann man dann ziehen. Kannst du irgendwie runterspringen? Ich hab keinen Fallschirm. Ich habe einen. Ja, schön für dich. Lande einfach auf dem Dach und dann springe ich raus. Ja, aber ich glaube, ich kann da besser landen. Ich bin falsch. Lass uns falsch. Lass uns falsch. Lass uns falsch. Ja, Moment. Konzentration. Ah, gut. Nein, lande da. Kann ich nicht landen. Jetzt bin ich gelandet. Ich habe einen Fallschirm. Warte, ich komme auch mit. Hey, lass mich vorgehen. Dann hast du es in Aufnahme. Ja, warte, ich habe ja kein Fallschirm gerade, oder? Ja. Doch, ich, ich zu Sicherheit. Wow. Leichen. Übelig mit dem Dolch irgendwann. Am besten ohne Baseballschläger. Ich wollte gerade in die Mitte springen, bis wir aufgefallen, dass es in der Mitte kein Gitter ist. Da wäre ich komplett bis unten runtergefallen. Vorsichtig, kann ich jetzt hier runter? Ja. Ja, aber nach außen, ne? Aufs Geländer da. Ja. Warum? Du backst bei mir gerade etwas da rum. Ja? Ja? Na, jetzt geht es nicht mehr. Ich bin ja gerade hoch. Ah, ich komme mit daher. Ist das spannend, ist das spannend. Oh mein Gott, wir gehen dann hier hoch, ist das spannend. Oh mein Gott. Ach, hier ist noch ein Fallschirm. Ach, hier war ich auch neulich und habe hier einen Fallschirmsprung gemacht, also halt so eine Mission, weißt du? Und wir hier oben runter springen, oder wollen wir vom Kran nach unten? Und ich glaube von hier, ne? Das ist doch ein Sniper. Ich auch. Aber ich sehe gerade keine Menschen. Entschuldigung. Hey, ich haue jetzt ab. Ich habe mich gerade gefragt, wo ist mein Fallschirm? Ja. Komm hinterher. Ich bin hier über dir. Ach, da hinten bist du. Ach, ich werde jetzt mit dem Handy angerufen, während ich den gerade telefoniere hier einfach mal. Ach, ja, wieso nicht? Und du? Ich lande jetzt nochmal eben beim Muitionsshop. Oh Gott. Warte, ich auch, ich auch. Da war ein anderer Spieler. Digga, hau ab. Ganz ruhig. Ich bin freundlich, Junge. Ich bin, ich bin freundlich, ja? Bleib ganz ruhig. Genau. Fahr einfach weg. Junge, fahr weg. Alter, hör auf. Hör auf. Aha. Er wollte mich überfahren. So ein Kack-Boom. Kack-Boom, Kack-Boom. Jetzt hat er Angst. Jetzt hat er Angst. Moin. Ähm, ja, geht dahin jetzt. Hallo? Getötet. So ein Arschgesicht. Ja. Nein! Damit die Folge beenden. Warte, ich will ihn, ich will ihn auch nochmal versuchen abzuknallen. Welche waren das? Ach, der, der war das. Na, hat er Angst, ne? Hat er Angst. Ja, so. Mit zwei Sekunden schütteln. Da hat er jemand. Wo? Oh, wie sieht er dich immer an? Weil ich geil bin. Gut, äh, dann viel zu gucken und dann bis morgen. Tschüss, tschüss. Danke. Vielen Dank.